Ihr kennt doch bestimmt alle The Big Bang Theory. Dann wisst ihr doch bestimmt auch, dass Lennart ein Experimentalphysiker ist. Aber warum sind Experimente so wichtig, dass man einen ganzen Beruf damit füllen kann? In allen Wissenschaften sind Experimente unersetzlich. Sie erlauben Wissenschaftlern, ihre Theorien und Hypothesen zu untersuchen und herauszufinden, ob sie korrekt sind oder nicht. Dafür ist es notwendig, Experimente kontrolliert durchzuführen. Wenn Experimente falsch oder nicht korrekt durchgeführt werden, führen sie zu falschen Ergebnissen, was wiederum falsche Theorien zur Folge hat. Bevor ein Wissenschaftler wie Lennart ein Experiment durchführt, formuliert er zuerst eine Frage. Dann erstellt er eine Hypothese. Eine Hypothese ist eine Aussage darüber, was und warum etwas in einem Experiment passieren könnte. Dann macht ein Wissenschaftler Vorhersagen über die logische Konsequenz des Experiments und beginnt mit der Durchführung. Der Zweck der Experimente besteht darin, herauszufinden, ob die Ergebnisse in der realen Welt mit den vorhergesagten Ergebnissen übereinstimmen. Schließlich analysiert der Wissenschaftler die Ergebnisse und kommt zu einer Schlussfolgerung. Dies nennt man wissenschaftliche Methode. Um ein faires Experiment durchzuführen, darf Lennart nur eine der Variablen gleichzeitig ändern. Für ein Beispiel verwenden wir ein Experiment, in dem wir ein Eiswürfel schmelzen und die benötigte Zeit des Schmelzens aufzeichnen. Die Variablen, die die Zeit beeinflussen können, sind die Menge an Wärmeenergie, die Größe des Eishürfels und die Oberfläche, auf der er schmilzt. Außerdem verändert man nun Größe und Oberfläche, kann man nicht mehr genau sagen, was die Größe für eine Auswirkung auf das Experiment hat. Bei der Durchführung eines Experiments ist es außerdem wichtig, ein Steuerelement zu verwenden. Von einem Steuerelement spricht man, wenn Sie das Experiment durchführen, ohne eine der Variablen zu ändern. Dies fungiert als Ergebniskorrektur und als Vergleich. Außerdem kann man so deutlich erkennen, was die Änderung einer Variablen erwirkt.